Hi Leute, hier ist wieder Sven vom Casedester-Blog. In diesem Video geht es einmal wieder um eine Aramid-Hülle, und zwar die zweite im Bunde. Es gibt ja zwei Stück, einmal von Pitaka und einmal von Mose. Denke ich mal, dass man das so aussprechen sollte. Und die habe ich mir bestellt, wieder auf Amazon, diesmal für 60,32 Euro. Die Preise gehen da weit auseinander, die schwanken auch die ganze Zeit. Es gibt die auch für die neuen iPhones, also für die iPhone 13 Modelle, für sogar 87 Euro. Ja, packen wir das Ganze mal aus. Also die Verpackung ist ein bisschen komisch. Letztes Mal, wo wir die von Pitaka hatten, da war das Ganze ziemlich hochwertig gemacht. Hier ist das Ganze ein bisschen günstiger gemacht, sage ich jetzt mal. Aber ich meine, Pappe ist natürlich auch immer besser als irgendwelche Plastik oder sonstiges. So, und so schaut die Hülle aus. Ja, kommen wir mal zu den Vorteilen von dieser Hülle. Wir haben hier einen Hardcase. Die Rückseite ist hart und die Ränder sind aus einem Gummi gemacht. Das ist natürlich super. Also ein super Aufprallschutz, weil die Ränder federn das Ganze ab. Hier ist auch nochmal so ein dicker grüner Rahmen integriert. Und natürlich das Hardcase absorbiert sozusagen den Sturz so weit, bis es am Schluss bricht. Und wenn es bricht, dann ist die Energie sozusagen fast komplett weg. Obwohl das hier auch nochmal ein bisschen nachgibt. Also der Schutz hier ist wirklich gut im Gegensatz zu der Pitaka-Hülle, die wirklich dünn war und eher nur auf Style gemacht war. Schaut euch das Ganze mal bei mir auf dem Kanal an. So, kommen wir zum nächsten Vorteil. Ich packe das Ganze mal rein. Ihr habt gerade gesehen, wir haben hier so eine Art in Schutz. Da ist so ein Muster drin. Das ist auch ein bisschen vertieft. Allerdings bevorzuge ich hier immer sowas wie Mikrofaser. Weil wenn einem wirklich mal das Sandkorn dazwischen kommt, dann wird das vom Mikrofaser darunter einfach festgehalten. Hier kann es halt immer noch auf diesen Ring hin und her rutschen und euch halt unbemerkt die Rückseite zerkratzen. Ist natürlich nicht so schön, wenn das passiert. So, nächster Vorteil. Wir haben hier einen Displayschutz drin. Ihr seht, das Ganze geht nochmal ein Stückchen rüber, obwohl ich ein Panzerglas integriert habe. Heißt, fällt euch das Ganze so hin, das Display liegt nicht direkt auf. Außer wenn hier halt so ein Kieselstein oder sowas liegt. Oder auch beim Ablegen könnt ihr das so ablegen, ohne dass das Display oder das Panzerglas direkt aufliegt und halt zerkratzt. Nächster Vorteil. Wir haben hier MagSafe integriert. Auch wenn man es nicht sieht, aber es ist da. Ich mache mal den Ladepuck hier drauf und man sieht, das Ganze hält. Und laden tut es natürlich auch. So, nächster Vorteil. Das Design ist natürlich cool. Das ist dieses Aramid. Ich zeige euch das mal im Detail. Es hat so ein bisschen was von Carbon, ist aber ein bisschen was anderes. Ich habe euch unten auch nochmal verlinkt, was genau Aramid ist, wo das eigentlich verwendet wird, welche Vor- und Nachteile das hat und so weiter. Nächster Vorteil. Die Knöpfe funktionieren. Man hört auch ein bisschen den Druckpunkt, allerdings nicht so stark. Aber es funktioniert alles. Also hier gibt es nichts zu meckern. Und auch die Aussparung. Mal kommen, zoom mal ran da. Sind auch alle gut getroffen. Hier wird nichts verdeckt oder sonstiges. Allerdings ist es hier ein bisschen verschoben. Ich glaube, dass man diese Hülle vielleicht auch für das iPhone 13 benutzen kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, weil dort war dieser Mute-Schalter ein bisschen versetzt. Und hier sieht das auch so aus. Ich weiß es jetzt aber nicht genau. So, das sind die Vorteile gewesen. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Wir haben hier leider keinen Kameraschutz. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei den Pro-Modellen ist oder auch bei den einfachen Modellen, weil hier die Linsen halt ziemlich rausstehen. Und das ist wirklich hier auf einer Ebene. Das heißt, wenn ich das Handy so hinlege und da wirklich nur so ein Sandkorn ist, sage ich jetzt mal, behürt es halt schon die Linse und kann halt zerkratzen. Das finde ich natürlich nicht so schön. Nächster Nachteil. Ja, die Hülle ist ziemlich teuer. Woran liegt das? Das liegt an diesem Aramid. Das wird normalerweise im Militärbereich eingesetzt oder im Bootsbau. Also in solchen Gebieten halt eher und nicht bei Handyhüllen, weil das Ganze halt ziemlich teuer ist. Und brauchen tut man jetzt auch nicht wirklich das Ganze. Also es ist wirklich eher so Designermäßig. Designermäßig. Schaut mal her, ich habe eine Aramid-Hülle, die ist sehr teuer. Sagen wir es mal so. Nächster Nachteil. Fingerabdrücke. Ja, bei der Pitaka-Hülle war das nicht ganz so. Hier sieht man das. Und die gehen auch schwer wieder ab. Also die kann man nicht einfach so abwischen. Da muss man schon so ein bisschen Glasreiniger oder Sonstiges rausholen. Ja, das waren die Nachteile. Kommen wir mal zum Fazit. Für wen ist diese Hülle geeignet? Wer unbedingt eine Aramid-Hülle möchte, dabei aber nicht auf Schutz verzichten möchte, wie es bei der Pitaka-Hülle der Fall ist, der sollte sich diese Hüllen von Moos einmal genauer ansehen. Ja, falls ihr noch irgendwelche coolen Hüllen habt, die ich noch nie auf dem Schirm hatte, die besonders sind, die vielleicht auch ein bisschen teurer sind oder irgendwas Besonderes bieten, schreibt es mal rein in die Kommentare. Dann teste ich das Ganze mal durch. Und ich würde sagen, lasst einen Daumen hoch, da werdet Abonnent. Ich würde mich riesig freuen, dann verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und natürlich wie immer, bis zum nächsten Video.